Nach Tränen, Justin Bieber lässt beim Fußball Arge raus. So sieht Ablenkung aus. Das Rätsel um den Beziehungsstatus von Justin Bieber, 24, und Selena Gomez, 25, nimmt einfach kein Ende. Nachdem die zwei Jenny-Stars vor einigen Monaten erst ihr Liebes-Könbe gefeiert hatten, soll nun wieder alles vorbei sein. Kurz nach den Liebes-Ausgerüchten zeigte sich der Biebs vor einigen Tagen zutiefst deprimiert auf einem roten Teppich, auf ein Lächeln wartete die Presse-Meute vergebens. Nun hat Justin wohl ein Ventil gefunden, um seinen ärgerfreien Lauf zu lassen. Am Samstagvormittag ging es für den Sänger zusammen mit Kumpels auf den Fußballplatz, wo die Jungs eine Runde kickten. Die Haare im Nacken zum Zopf zusammengebunden, gab der 24-Jährige auf dem Rasen alles und powerte sich offensichtlich richtig aus. Ob er sich so von seinem angeblichen Liebes-Kummer ablenken will? Immerhin hat ihn die sportliche Herausforderung zum Lächeln gebracht. Das sah bei einer Filmpremiere kürzlich noch ganz anders aus. Dass es dem Baby-Interpreten alles andere als gut ging, war wirklich nicht zu übersehen. Den Tränen nahe, war der erste Auftritt nach den Trennungsgerüchten offenbar eine richtige Qual für ihn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017